Meine Damen und Herren, gestartet die A380 von Testpilot Peter Chandler und Eckart Hauser geflogen, ist das kleinste Mitglied der Standardraumflugzeugfamilie von Airbus für Kurz- und Mittelstrecke. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Hauptbahnhof, ein sehr unterschiedliches Flugzeug, der A380, heute von Testpilot Peter Chandler und Eckart Hauser, der kleinste Mitglied der Airbus-Single-Ire-Liner-Familie, für Kurz- und Mittel- und Mittel- und Mittel- und Mittel- und Mittel- und Mittel- und Mittel. Diese Familie umfasst vier Mitglieder, die, abgesehen von der Rumpflänge, weitgehend identisch sind, insbesondere im Hinblick auf die Systeme. Der Markt ist sehr erfolgreich, in dem Flugzeug-Ire-Liner-Familie, die die Airbus-Single-Ire-Liner-Familie sich als eine Leading-Manufaktur, nicht nur von Zivil-Aerkraft, sondern auch von Militär-Aerkraft, mit dem A400M. Ein paar 4,350 von der Single-Ire-Familie wurden, ein paar 2,750 wurden, und sind heute in Service mit über 175 operatoren. Und hier, meine Damen und Herren, haben Sie jetzt auch mal eine Steillandung der 318 gesehen, so wie dieses Flugzeug in London anfliegen muss, in Stanley.